Herzlich Willkommen. Dies ist eine Kooperationsfolge. Sie ist anders als die anderen Folge und das für zwei Sendungen. Wir haben hier zum einen den Déjà-vu-Podcast mit Ralf. Hallo Ralf. Hallo Louis, hallo Steffen. Hallo. Ja und Steffen und ich, wir sind der Verhundert-Podcast und wir haben uns, wir sind uns auf einer Konferenz über den Weg gelaufen, die heißt Histocamp, sehr zu empfehlen und wenn sich Geschichtspodcaster treffen, wird sich entweder gegenseitig mit Lederfolianten, verprügeln wir uns, wenn wir uns nicht leiden können oder was machen wir, wenn wir uns gut leiden können, Ralf? Und dann verabredet man sich zu einer Kooperationsfolge. Aber ich finde die Ledersache auch ganz lustig, das macht mehr Spaß. Kommt drauf an, wie man sich fühlt. Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Klatscht immer so schön. Ja. Und wir haben aber gesagt, also du machst alle zwei Wochen eine Sendung und du hast immer verschiedene Themen und deine Mission ist es, Geschichte unterhaltsam, mit Spaß, mit Augenzwinkern sozusagen zu senden. Und bei uns ist es so, wir senden alle vier Wochen immer aktuell, tagesaktuell von vor 100 Jahren. Das heißt, wir haben ein wesentlich engeres Korsett und sind sehr, sehr eingeschränkt in unsere Themen. Und wir haben gesagt, wir warten auf das richtige Thema für diese Kooperation. Das hat also über ein halbes Jahr gedauert und der richtige Moment ist genau jetzt gekommen, wenn ihr die Folge zur Veröffentlichung hört. Und zwar, was ist unser Thema? Ja, wir sind jetzt im Juni 2020, dass ich es richtig sage. Und im Juni 1920 wurde der Friedensvertrag von Trianon unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg im Donauraum und in Ungarn regeln oder das Ende des Krieges regeln sollte. Es geht also in der Folge darum, sozusagen Ost-Europa komplett neu zu ordnen, die Landkarte komplett einmal abzuradieren und neu zu bestreichen. Das war das Ergebnis des Friedensvertrag. In großen Teilen ja, richtig. Und darum geht's. Und wir haben, im Gegensatz zu sonst, jetzt eine Historiker in der Sendung, zumindest bei uns im Format. Und daher würde ich sagen, fangen wir an mit dem historischen Hintergrund. Und ich würde, wenn es okay für dich reif ist, dich bitten, anzufangen damit. Ja, gerne. Also im Endeffekt, wenn wir jetzt den Start des Ersten Weltkriegs anschauen, dann hast du es ja schon gesagt, ging da Österreich-Ungarn als ein Kriegsteilnehmer mit rein. Also das war ein Start, war aber auch noch nicht so lange der Fall. Also Österreich-Ungarn gibt's eigentlich erst seit 1867, aber auch davor schon. Und zwar kann man da jetzt sagen, seit Ende der sogenannten Türchenkriege, was eigentlich nicht mehr wirklich politisch korrekt ist, aber der Osmanenkriege. Also zumindest so seit dem 17. Jahrhundert in unterschiedlichen Abstufungen hat der größte Teil von Ungarn zum Habsburger Reich gezählt. Und von Österreich-Ungarn reden wir dann so ab 1867. Das war der sogenannte Ausgleich. Das war eine Zeit, als Ungarn de facto gleichberechtigt wurde innerhalb der Monarchie. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir über die Nationsvorstellungen vielleicht dann auch auf die zu sprechen kommen später. Das ist so ein Moment, der halt in Ungarn sehr wichtig war, weil damit der moderne ungarische Staat in irgendeiner Form begründet wurde. Und das war dann wirklich für die letzten 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg so ein Doppelstaatsgebilde. Also man hat ja, glaube ich, nur das Bild vor Augen, dass die Donaumonarchie ein sehr diverser Staat war. Wobei man aber sagen muss, politisch gesehen war der bis 1867 gar nicht mal so divers. Es gab unfassbar viele Sprachen, aber im Endeffekt gab es den Kaiser, der stand da über allem drüber. Und es gab dann, je nach Zeit, ein mehr oder weniger mächtiges Parlament in Wien. Und das war es dann auch. Und wirklich erst jetzt haben wir dann so eine Doppelstruktur, dass es auch ein Parlament und auch einen Premierminister in Ungarn oder in Budapest gibt. Und davon ist Wien erstmal komplett getrennt. Also der gesamte Staat war zweigeteilt. Es gab dann im westlichen Teil des Reiches ein Gebiet, das als Cisleitanien damals bezeichnet wurde. Also Diesseits der Theis, das ist ein Fluss, der Österreich und Ungarn geteilt hat. Und dort waren eben das heutige Tschechien, das heutige Österreich, das heutige Norditalien, Slowenien und einige andere Gebiete mit drin. Lustigerweise dann aber auch rüber bis in die Ukraine. Also eigentlich eine Insel. Und dann war aber im Osten an sich ein komplett getrennter Staat, das Königreich Ungarn. Nicht Kaiserreich, sondern Königreich. Das war auch ganz wichtig. Die hatten zwar den gleichen König, aber der war nicht Kaiser über Ungarn. Der hat zusätzlich eben die Königskrone angenommen. Und die haben wiederum ein recht großes, zusammenhängendes Staatsgebiet gehabt. Da werden wir sicher noch mehr drüber reden. Was aber heute im Prinzip die ganze Slowakei mit einfasst. Nordserbien, Kroatien war in seiner fast Gesamtheit. Ungarn zumindest unterstellt. Und auch Teil der Ukraine und Rumäniens. Also ein recht großes Gebiet. Ja und dieser Staat hat sich an sich nicht viel geteilt. Außer die Außenpolitik, die Militärkriegspolitik und die Wirtschafts- oder Finanzpolitik. Das heißt, es gab einen Währungsraum und solche Dinge. Es war auch eine Finanzkasse oder ein Finanzministerium. Aber so gut wie alles andere war in dem Staat getrennt. Und die sind da 1914 dann quasi in den Weltkrieg eingetreten. So, das war jetzt in einem wilden Ritt die Vorgeschichte. Und interessant wird es ja dann natürlich mit Ende des Weltkrieges, wenn das alles zerfällt. Aber vielleicht greife ich schon ein bisschen zu weit voraus. Ich finde es immer interessant, in zeitgenössischen Berichten wird dann immer von K- und K-Truppen gesprochen. Oder Verbänden oder K- und K-Punkt, die K-Punkt, U-Punkt, K-Punkt, K-Punkt, K-Punkt. K-K, die K-Truppen. Ja, das war genau diese komische Staatsgestalt. Das kaiserliche und königliche. Und das war halt, obwohl das die gleiche Person war, war das halt wirklich extrem wichtig. Weil dadurch, dass zu dem Zeitpunkt Kaiser Franz Josef auch König Ferenc Josef war, in der gleichen Person, war Ungarn ein mehr oder weniger selbstständiges Königreich. Und das war eben bedeutend. Und das gibt es heute eigentlich in der Form nur noch ganz selten. Es ist eine wirklich sehr lose Konföderation de facto gewesen. Und halt in einer Personalunion regiert. Und deswegen war dieses K- und K halt auch etwas, was sehr vor sich her getragen wurde. Weil das für vor allem die ungarische Seite sehr wichtig war, diese Unterscheidung auch immer zu haben. Also identitätsstiftend. Ja, komplett, ja. Es ist auch bis heute so, dass die Krone in Ungarn, die Stefanskrone, einen extremen ideologischen Wert hat. Die steht dort im Parlament seit Orban-Zeiten. Und das muss man sich auch mal vorstellen, dass in irgendeiner Demokratie und in einem parlamentarischen System eine Krone im Vorzimmer steht. Und das ist etwas, was in Ungarn tatsächlich nach wie vor einfach eine gewisse, ja, identitätsstiftende, ein identitätsstiftendes Element irgendwo hat. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Briten ist. Aber da sind ja auch sehr viele Symbole. Stimmt, dieser Stab. Ja, da ist dieser Stab. Ich glaube, ohne diesen Stab darf auch kein Gesetz beschlossen werden. Ja, da ist irgendwas. Und dann gibt es ja diese Zeremonie, wo dann jemand reinkommt, dieser schwarz gekleidete, und den wegnimmt. Und dann ist das Ende der Legislatur oder irgend sowas. Ja, ja. Und dann hört man auch immer wieder von diesen Geschichten, ob sie wahr sind oder nicht, dass solche Abstimmungen verhindert werden, indem irgendjemand mit diesem Stab schnell rausrennt. Stimmt, ja. Das ist aber, glaube ich, sogar passiert. Im Brexit-Chaos gab es das auch mal. Ja, ich meine auch. Das sind, glaube ich, keine Mythen. Das geschieht tatsächlich. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja im Glück zum, ja, vollkommener Irrsinn. Das ist, glaube ich, zum Glück in Ungarn nicht der Fall. Das ist zwar de facto eine Diktatur von Orbán regiert, aber zumindest ist die Krone nur zierter. Noch. Aber diese Ammonisitäten, nenne ich sie mal, haben ja auch Konsequenzen. Also wir haben es ja so, der Erste Weltkrieg wurde durch die Mittelmächte verloren. Und jetzt muss halt mit jeder Macht oder wird mit jeder Macht ein Frieden geschlossen. Also die Deutschen, die sind in Versailles in Verhandlungen getreten und haben dort ihren Friedensvertrag beschlossen. Und es gibt zwei parallel stattfindende Friedensverhandlungen. Einmal mit Österreich, mit dem kaiserlichen Teil und einmal mit dem Ungarischen Teil. Ist das so richtig? Genau, ja. Die wurden, wie auch Versailles, wurde das ja alles in Vororten von Paris gemacht. Versailles der prestigeträchtigste. Aber das waren alles so Schlösser größerem oder kleineren Ausmaß. Für Österreich war das Saint-Germain und kennt man auch wegen einem Fußballklub. Paris auch schon mal. Und für Ungarn war das das Schloss Grand Trianon. Das halt auch, ich weiß nicht in welche Himmelsrichtung, aber irgendwo außerhalb von Paris gelegen ist. Und da gibt es ja noch ein paar mehr. Also es gab ja auch mit Bulgarien zum Beispiel einen Friedensvertrag, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Und dann später ja für die Türkei, aber das war ein bisschen getrennt. Und ja, ich glaube, dann haben wir es. Aber das waren alles eben in diesen Schlössern abgehandelt. Und das Thema ist ja der Frieden von Trianon. Das ist ja jetzt alles kein Zufall, von dem wir jetzt sehen. Das ist das Thema der Folge. Richtig, ja. Aber ich glaube, um den wirklich zu umschreiben, also wir haben jetzt ja gesagt, okay, wir haben jetzt heute den Juni 2020, jetzt sage ich es richtig, das ist also im Juni 1920 passiert, das hatte ich es wieder falsch. Juni 1920 ist im Prinzip ein Jahr nach Versailles. Also da merken wir schon, okay, da haben wir eine ziemliche Verzögerung drin. Und das hat einerseits nachvollziehbare Gründe, dass halt für die Siegesmächte Deutschland der wichtigste Kriegsteilnehmer auf der Mittelmächte-Seite war und man das erledigt haben wollte. Aber das hat auch den Mitgrund, dass halt einfach Ungarn in der Zeit zwischen Kriegsende und Friedensvertrag einfach eine extrem irre Entwicklung mitgemacht hat, die im Vergleich zu Deutschland, was ja auch wild war mit November-Revolution, Räterepubliken in Bremen, in München, anderswo. Aber Kaputsch, was ihr jetzt ja gerade hattet, natürlich auch Spartakus, also all diese Themen, war ja nicht gemütlich in Deutschland, aber Ungarn war schon noch mal etwas wilder. Und ich glaube, bevor wir wirklich über den Vertrag reden können, müssen wir uns mal anschauen, was da seit dem Krieg passiert ist, weil da wurde ja, eigentlich wurden da ja schon Tatsachen festgemacht. Also Ungarn ging als Verlierer aus diesem Krieg hervor, bekanntlich. Und generell war es ja dann so, dass in der Donaumonarchie, im K&K-Reich, wenn wir jetzt beim Wort bleiben, sich ja in alle Himmelsrichtungen dann die Nationalitäten unabhängig gemacht haben. Ihr habt ja auch schon viel über die 14 Punkte von Wilson gesprochen und vor allem, ich glaube, es war sogar, ist es Punkt? Nee, nicht Punkt 14. Punkt 13 oder was, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, irgend so ein hinterer. Und darauf haben sich jetzt ja alle bezogen und haben gesagt, ja hier, wir sind noch ein Volk, wir haben ein Selbstbestimmungsrecht. Und das bedeutet auch für Ungarn, dass sich ja drumherum, was da eben zum Königreich Ungarn gezählt hat, sich alles im Oktober und November, Dezember 1918 für unabhängig erklärt hat. Also die Kroaten und daneben, was heute Nordserbien ist, hat sich zum SHS-Staat, also zum späteren Jugoslawien bekannt. Die rumänischen Gebiete haben sich dann, die waren die letzten am 1. Dezember mit Rumänien zusammengeschlossen, was es ja schon vorher gab. Die Tschechoslowakei hat sich gegründet, also da ist ja vieles geschehen. Und Ungarn hat sich sehr schnell nach diesem Krieg ja als Rumpfstaat wiedergefunden. Es gab dann auch noch so quasi Peacekeeping-Missionen, vor allem von den Franzosen, die da sich in der Region breitgemacht haben. Also das ist auch etwas, was teilweise relativ schwer nachzuvollziehen ist. Ich weiß auch nicht, wann die da genau reingekommen sind, weil die Franzosen sind ja nie in die Nähe von Ungarn gekommen, mit dem normalen Frontverlauf im Krieg. Also es gab am Balkan eine Front, da bei Thessaloniki, da waren wahrscheinlich Franzosen. Wie die jetzt dann und wann die nach Ungarn sind, weiß ich zum Beispiel gar nicht so wirklich. Aber die waren dann eben da und haben damit unter anderem den späteren jugoslawischen Staat unterstützt, in seinen Gebietsforderungen gegen Ungarn. Und haben das auch für rum. Bitte? Es gab eine, es gab eine, Serbien wurde irgendwann eingenommen im Laufe des Ersten Weltkrieges. Und dann haben sich die bulgarischen und die österreichischen Truppen vereinigt an der Front gegen Griechenland. Und in Griechenland gab es ein starkes, alliiertes Expeditionskorps, wobei die Majorität Franzosen waren. Genau. Briten waren glaube ich auch dabei und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Das war, also im Prinzip war da so eine Grenze auch bis heute relevant irgendwo. Das war ja eigentlich so diese Demarkationslinie, was heute so zwischen Nordmazedonien und Griechenland immer noch für Strattereien sorgt, so in der Gegend rum. Genau da dürften die vielleicht auch raufgekommen sein. Und die haben im Prinzip dann schon vor dem Vertrag von Trianon gab es dann da Verabredungen, wie denn jetzt da Demarkationslinien gezogen werden. Da gab es einige Verträge auch. In Belgrad wurde da eine Vereinbarung getroffen. Ende 1918 muss es gewesen sein. Und eigentlich ist es schon da so geschehen, dass eigentlich alle Seiten gegen Ungarn halt Gebiete abgeschnitten haben. Also vom Süden kommend eben das spätere Jugoslawien, vom Osten kommend Rumänien, vom Norden kommend die Tschechoslowakei. Und Ungarn hat sich auch für unabhängig erklärt, obwohl es ja de facto schon unabhängig war vorher. Hat sich aber endgültig von dieser Doppelstruktur getrennt und hat dann auch eine Demokratie oder eine parlamentarische Demokratie ausgerufen. Das war auch eben im Herbst 1918. Michael Karoy war der damalige Ministerpräsident. Aber die laufen halt wirklich schnell in Probleme rein, einfach aus den offensichtlichen Gründen, dass die nicht nur mit dem Kriegsende zu tun hatten, sondern halt auch plötzlich überall Feinde auftauchten. Also das heißt, du warst diesen österreich-ungarischen Staat. Und das heißt, jedes Gebiet ist entweder österreichisch oder ungarisch. Und die hatten ja wesentlich mehr Minderheiten als in Österreich und Ungarn. Und jetzt geht es halt darum, wie in diesen neuen Nationalstaaten, die sich bilden, in die ungarischen Gebiete aufgeteilt werden. Richtig? Genau, das ist im Prinzip die Idee. Die gab es ja natürlich auch schon länger. Also man muss ja sagen, gerade die Italiener, die jetzt für die Ungarn gar nicht so wichtig waren, aber gerade im österreichischen Staatsgebiet, da gab es ja den Irredentismus schon sehr lange. Und das war halt so ein Thema, das eigentlich schon bekannt war, was für Gebiete da eingefordert wurden. Aber jetzt war das natürlich schon so ein bisschen ein offenes Buffet für die Leute. Also irgendwie plötzlich ist der Krieg zu Ende. Österreich-Ungarn löst sich auf. Sie haben verloren. Und diese Staaten, die es vorher nicht gab, die jetzt aber sich gründen, die sind ja nicht Verlierer des Krieges. Zumindest nicht die Schuhe. Also die Tschechoslowakei oder Jugoslawien sind nicht Kriegsverlierer. Obwohl weite Teile dieser Staaten oder im Fall der Tschechoslowakei der gesamte Staat auf Seiten der Mittelmächte am Krieg teilgenommen hat. Aber es sind halt neue Staaten. Und die haben jetzt natürlich gesehen, so hey, Ungarn, aber auch Österreich, aber heute geht es um Ungarn, ist de facto am Boden. Die haben Waffenstillstandsforderungen auch gehabt, was die Reduktion der Armee anging. Die waren ohnehin bis aufs Letzte quasi zerrieben durch den Krieg. Und da haben sich die Möglichkeiten ergeben. Die haben sich das dann halt recht selbstbewusst geschnappt. Zu der Frage, warum die Franzosen da auf einmal mit dabei waren, hätte ich noch eine These, die ich in den Raum werfe. Wir haben ja auch schon gesagt, oder du hast schon gesagt, die Tschechoslowakei wurde ja gegründet, auch schon im Herbst 1918. Und tatsächlich saßen ja die Gründer in Frankreich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dort vielleicht Verbündete gefunden haben und sich dann vielleicht auch die Franzosen da ein wenig mitverantwortlich gefühlt haben, um das in die Wege zu leiten. Glaube ich auch. Ich meine, die hatten ja auch, ich weiß nicht, ob das damals schon so relevant war, aber später dann hatte Frankreich ja auch diese Idee des sogenannten Cordon Sanitaire, dieser so ein Sicherheitsgürtel, den man da durch Mitteleuropa legen wollte, um einerseits Deutschland vom Osten zu beschließen, aber andererseits auch, um so ein Bollwerk gegen den Bolschewismus zu haben, über den wir noch sprechen werden. Und das könnte auch schon mit reingespielt haben, dass vielleicht schon 1918, 1919 solche Ideen in Frankreich existiert haben, dass man gesagt hat, es gibt ein Interesse daran, einen Verbund von Staaten zu haben oder eine Gruppe von Staaten zu haben in dem Gebiet Europas, die in irgendeiner Form unter französischer, vielleicht nicht Kontrolle, aber zumindest Einflussnahme stehen, um eben einerseits gegen Deutschland und andererseits gegen die Sowjetunion, die Entstehende, eine Pufferzone zu errichten. Das wird sicher auch schon reingespielt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich weiß, dass das später eine große Rolle gespielt hat für Frankreich. Und im Endeffekt wurde damals ja auch schon, hat sich etwas ganz interessant so im Vergleich oder im Spiegelbild eigentlich zum Krieg selbst, da gab es ja die Entente-Mächte, also die Siegermächte waren ja die Entente, also vor allem Großbritannien und Frankreich. Und es hat sich dann ein Begriff herausgebildet, der die kleine Entente sich genannt hat. Und das war auch eben so ein Völkerbund, im Prinzip so ein kleiner Zusammenschluss an Staaten, die sich in dem Bereich unter französischer Ägida tatsächlich auch miteinander irgendwie Vereinbarungen getroffen haben. Und das waren auch wieder genau die Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien oder halt der SHS-Staat. Und da merkt man auch schon, ja, das sind genau die Leute, die jetzt von Ungarn was wollen. Also da sind einfach gewisse Strukturen entstanden unter französischer Ägida, ob das jetzt gewollt war oder nicht, die dann doch explizit gegen Ungarn gerichtet waren einfach. Und das hat sich sehr schnell gezeigt. Zeitlich sind wir jetzt so von der Erzählung her wahrscheinlich schon Anfang 1919? Würde ich sagen, ja. Also mit Ende 1918, Anfang 1919 ist das so die Situation. Und ja, da ist vieles schon eigentlich fast vor vollendete Tatsachen gestellt worden, was das Territoriale dann angeht. Ja, wo du sagst, jetzt hat sich natürlich das Große Reich Österreich-Ungarn aufgeteilt. Jeder hat so ein Stück von Kuchen haben wollen, seine eigene Republik oder sein eigenes Gebiet ausgerufen. Und es gibt auch Deutsch-Österreich, Ende 1918 das gegründet wird und wurde dann auch später ja tatsächlich umbenannt in Österreich. Ich fand diesen Punkt, den fand ich sehr schön, dass man in so zeitlichen Dokumenten immer wieder von Deutsch-Österreich liest und dann in Folge auch von diesen Friedenskonferenzen, dass dort offiziell festgelegt wurde, dass das jetzt bitte Österreich heißt. Ja, das hängt ja dann auch mit dem später sehr berühmten Anschlussverbot zusammen, der ja explizit untersagt war. Aber gut, das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, was für ein riesiges Vakuum da entstanden ist durch das Ende der Monarchie. Also der Krieg hat das sicher beschleunigt. Da kann man jetzt ewig darüber diskutieren, aber es ist natürlich schon so, dass die Donaumonarchie seit Jahrzehnten ja von einem Problem ins nächste geschlittert ist und ja auch dieser Ausgleich mit Ungarn 1867 kam ja nicht aus dem Nichts heraus. Und da hat es diese Konflikte schon noch sehr lange gegeben und es hat auch in der Zeit eben schon sehr lange eine nationalistische Bewegung in Österreich gegeben. Aber die waren eben nicht österreichisch nationalistisch. Das war für die kein Begriff. Also Österreich war für die halt dieser Staat, aus dem sie ja eigentlich raus wollten. Die haben sich ja durchaus als deutsche Nationalisten gesehen. Also die deutschen Wohner dieses Reiches. Zum Kriegsende wollte die Mehrheit der Bevölkerung auch dem Deutschen Reich beitreten. Genau, ja. Und das hat sich auch im Namen dann so gezeigt. Also der deutsche Österreich ist ja ganz klar. Da wird jetzt sogar im Gründungsdokument schon gesagt, man ist Teil der Deutschen Republik. Und man muss dazu sagen, das war eine Woche, bevor die Deutsche Republik schon überhaupt ausgerufen wurde. Also da hat man schon gesagt, wir sind jetzt Teil von dessen, was es gar nicht gibt. Ja, das hatte ich damals gelesen und fand ich sehr, sehr witzig auch. Genau, weil es gab es noch gar nicht, womit die rein wollten. Ja, ganz. Also ich glaube, also am 9. November bekanntlich wurde ja die Deutsche Republik dann ausgerufen. Und ich würde behaupten, das war am 1. November. Oder um den Dreh. Also halt schon eine gute Woche früher auf jeden Fall, ja. Also wir haben jetzt diese beiden österreichischen und ungarischen Friedensverhandlungen und die heutige Folge geht es um die Verhandlungen mit dem ungarischen Teil, wo jetzt viele ein Stück von Kuchen haben wollen und der Kuchen an sich natürlich gerne Kuchen bleiben will, nämlich Ungarn. Richtig, ja. Ja, und im Endeffekt ist es wirklich so, das Jahr 1919, wo das sehr schnell wieder zu einem sehr virulenten Problem wird. Also der Frieden hält nur sehr kurz im Donauraum, wie ja auch anderswo. Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo ja auch relativ bald dann zum Beispiel der polnisch-russische Krieg anfängt. Und da gab es ja einige dieser Auseinandersetzungen, so auf der Asche des Ersten Weltkriegs. Und so eben auch hier, der Staat Ungarn hat versucht, sich bestmöglich zu etablieren. Es gab diese erste Regierung unter Karoy, das haben wir jetzt schon gesagt, die aber nie sonderlich viel Rückhalt gewinnen konnte und vor allem halt von allen Seiten unter Druck war, weil eben die Feinde von allen Seiten da reingekommen sind und Gebiete für sich beansprucht haben. Und irgendwo in diesem Zusammenschluss oder in diesem Zusammenspiel der Faktoren kommt es dann so weit, dass im März eine Revolution in Budapest vor allem vonstatten geht und eine Räterepublik ausgerufen wird. Und das ist etwas, was man später ja in Deutschland durchaus noch kennt, so mit der Münchner Räterepublik im Mai oder April, also kurz darauf. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich etwas vollkommen Unvorstellbares eigentlich, dass jetzt erstmals außerhalb von der Sowjetunion oder außerhalb Russlands und in einem an sich als westeuropäisch oder zentraleuropäisch, aber in irgendeiner Form kerneuropäischen Staat sich so eine linke Revolution und so eine Ratsidee durchsetzen konnte. Und das ist am 21. März geschehen und hat natürlich die Sache nicht sonderlich vereinfacht. Also man kann sich vorstellen, da gab es vorher die bürgerlichen Regierungen, die wenig Durchsetzungskraft hatten. Dann gab es ständig diese Streitereien um die Grenzen. Der Friedensvertrag sollte langsam ausgehandelt werden. Und dann kommt auch noch das ins Spiel. Und es übernimmt dann eine kommunistische Partei in Ungarn die Macht, die es kurz vorher noch gar nicht gegeben hat. Das waren durchgehend Leute, die im Ersten Weltkrieg irgendwie in Moskau gelandet sind, als Kriegsgefangene oder so, und die dann in den kommunistischen Kreisen dort groß geworden sind, wenn man so nennen will. Und die haben jetzt ihre Chance gesehen, sind dann im März oder auch schon davor nach Ungarn zurückgekommen und haben im März die Kontrolle da übernommen. Von Anfang an mit wenig Rückhalt in der Bevölkerung, außerhalb der Arbeiterschaft der Hauptstadt und haben versucht, das irgendwie jetzt in neue Bahnen zu lenken. Und ja, also wir können schon mal vielleicht vorausgreifen, allzu erfolgreich war das am Schluss dann auch nicht. Der Ex-Kaiser, der geht ja jetzt ins Exil, auch im März. Und da fand ich noch relativ spannend. Er hat damals 1918 zwar gesagt, dass er zurücktritt als Regierungsoberhaupt, aber dass es keine formelle Abdeigungsurkunde ist. Das heißt, er hat nicht alle seine Ansprüche aufgegeben offiziell. Und jetzt kommt es im März auch zu Kundgebungen. Man müsse verhindern, dass der Kaiser Karl oder auch seine Nachkommen eines Tages wiederkommen und Ansprüche erheben. Und deswegen müsste man sowas auch in Gesetze mit aufnehmen, dass dies auch zukünftig bitte verhindert wird. Das finde ich ja auch eine interessante Tankweise, wenn man das mit dem Deutschen Reich vergleicht. Da hat der Kaiser ja dann auch irgendwann abgedankt. Aber allein, wie feinfühlig man da sein muss mit diesen ganzen Formulierungen, dass es eventuell noch Ansprüche geben könnte, das fand ich auch sehr interessant. Dass sowas konkret in ein Gesetz aufgenommen werden muss. Also das Gesetz gibt es nach wie vor in Österreich. Das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, gibt es einen Hohenzollernparagrafen in Deutschland? Ich glaube nicht, oder? Darf ein Hohenzollern Kanzler oder Präsident werden? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Kanzler dürfte in Österreich ein Habsburger werden, aber Präsident nicht, weil das ja das Staatsoberhaupt wäre. Und das ist nach wie vor so. Da gab es immer wieder mal Diskussionen, aber das wurde dann auch damals schon beschlossen in der ersten österreichischen Republik. Und ja, es ist eine krude Entscheidung irgendwie, wenn man dann halt so sagt, okay, egal was geschieht, diese eine Familie ist ausgeschlossen. Das ist zumindest interessant, dass man das so versucht zu lösen. Hat aber noch lange Probleme bereitet. Also in Ungarn sowieso, darüber reden wir glaube ich noch, aber auch in Österreich. Also ich glaube, der Thronverzicht ist erst sehr, also lange nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wurde das wirklich unterzeichnet, dass die darauf verzichten. Das war noch echt, echt spät. Das könnte in den 70ern gewesen sein oder so. Also wirklich, ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber das war wirklich sehr spät, dass die Nachkommen der letzten Kaiser da gesagt haben, sie verzichten auf Ansprüche. Ja, ich finde es ja sehr interessant. Da gibt es ja Otto von Habsburg, das ist der Sohn vom letzten Kaiser. Der ist ja erst 2011 gestorben, der wurde 99 Jahre alt, war jahrelanges Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hat den Vorteil, aufgrund seiner Herkunft konnte er ganz viele Sprachen, weil er wurde ja als möglicher Thronfolger ausgebildet. Und der war da sehr, sehr involviert. Also Otto von Habsburg finde ich da eine sehr spannende Gestalt. Ja, der war ja auch da in dieser, was auch eine spannende Bewegung ist, in der Pan-Europa-Bewegung damals aktiv, die ja auch irgendwie jetzt nicht mehr so präsent ist, aber die eine Zeit lang schon echt viele hochkarätige, gerade so konservative, proeuropäische Politiker umfasst hat. Und der war, glaube ich, das Europäische Parlament hat sich, glaube ich, 1979, das haben die das erste Mal getagt, wenn mich nicht alles täuscht, und da war er schon drin. Und ich glaube, der war dann auch gut 20 Jahre lang durchgehend Mitglied des Parlaments, hat aber nie in der Zeit in Österreich gelebt. Also Leben hätte er, glaube ich, sogar dürfen, das weiß ich gar nicht. Aber der hat, ich glaube, am Starnberger See gelebt. Also der war hier in Bayern. So richtig zurückgetraut hat man sich dann nicht. Es war aber eine, also da war ich in Wien sogar 2011, 12, was hast du gesagt, als er gestorben ist, da um den Dreh, ne? 2011, genau. Das habe ich, also ich war nicht live dort, aber ich habe das von Wien aus miterlebt. Das war eine Riesensache. Da gab es eine Prozession, wie in den Kaiserzeiten, quer durch die Stadt, und der wurde dann in die Gruft, in die Familiengruft gebracht, die Kapuzinergruft, wo all die Habsburger Kaiser eben liegen. und unterreger Anteilnahme. Also das war wirklich so ein, war schon irgendwo fast bedenklich, oder was heißt fast schon ein bisschen bedenklich, dass da so ein Interesse und wirklich so ein fast monarchistische Stimmung da plötzlich aufkommt, wo dann die Leute Blumen niederlegen in den Farben der verschiedenen Nationalitäten. Also da gab es dann auch irgendwelche ungarischen Gesandtschaften, die da ungarische Kränze abgelegt haben und solche Dinge. Also ist alles noch in irgendeiner Form relevant. Also nicht mehr wirkmächtig, würde ich behaupten, aber lange Schatten auf jeden Fall. Ja, vor 100 Schatten. Man denkt immer, dass... Genau. Ja, 100 Jahre sind halt gar nicht mal so viel. Das ist tatsächlich... Das sind halt drei, vier Generationen. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück. Wir sind jetzt so im Juni, Juli des Jahres 1919. Friedensverhandlungen beginnen mit Deutsch-Österreich. Relativ schnell bekommt Deutsch-Österreich auch schon den Friedensvertrag als Text. Das heißt, sie können gar nicht richtig mitverhandeln. Sie kriegen den Text und sollen sich ihn durchlesen und auch möglichst schnell unterschreiben. Sie dürfen, wenn mich richtig erinnere, durften sie schriftlich Stellung beziehen, aber sie durften nicht vorsprechen und wurden gebeten, doch bitte schnell zu unterschreiben. Genau. Und kurz danach bricht auch schon die junge Räterepublik in Ungarn zusammen. Also sie hat nicht lange gehalten. Liegt daran, dass... Nee, Anfang August. Ja, ich glaube 110 Tage oder 111 Tage und wie so. Und... Kommt hin. Liegt daran, dass jetzt doch die Alliierten zu sehr drücken und man nicht mehr die Stellung halten kann. Und so kommt es, dass die Führer dieser Räterepublik auch jetzt ins Ausland fliehen und eine neue ungarische Volksrepublik gegründet wird. Und da kommt jetzt ein Mann auf... Den habe ich dann in dem Zusammenhang zum ersten Mal mitgelesen, das ist also namentlich erwähnt, der Oberbefehlshaber... Wie spricht man ihn aus? Horti? Horti, genau. Miklosch. Der wird jetzt sozusagen zum... Wir haben im V100, haben wir öfter mal einen Begriff, für den wir öfter gerügt werden. Aber ich finde, das passt ganz gut. Das ist der Obermufti. Und das ist sozusagen... Der wird der Obermufti, ja. Also er wird der Obermufti. Und es beginnt eine Zeit, die auch als weißer Terror bezeichnet wird. Also er regiert dort mit strenger Hand. Es gibt sehr viele Verhaftungen, auch Tötungen. Auch vor seiner Machtübernahme schon, muss man dazu sagen. Der ist durchs Land gezogen, wobei die Zahlen, glaube ich, nicht so belastbar sind. Aber zumindest mehrere tausend Tote gab es da auch. Ja. Wir haben einen Zeitungsartikel auch später noch gefunden, aus der Vossischen Zeitung. Dazu komme ich am liebsten gerne erst später, wenn wir dann noch am 4. Juni herum sind. Aber da wird auch ein wenig was... Da gibt es zu gesagt, wie die aktuelle Situation auch in Ungarn ist, auch unter Horti. Ich finde immer interessant, Horti war Admiral. Ja, sehr bezeichnet. Das finde ich immer... Er ist ja dann auch unter dem Titel Admiral auch fungiert als Obermufti. Ja, den Titel hat er nie abgegeben. Der war aber auch wirklich so der letzte Oberbefehlshaber der Marine. Also ich glaube, ist Admiral per se der Oberbefehlshaber? Ich bin da mit den Titeln so schlecht. Nee, 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 du hast Konter-Admiral. Also du hast... Da gibt es verschiedene... Okay. Der kleinste ist der Konter-Admiral. Die Herren brauchen dann natürlich auch eine Hackordnung. Also da gibt es drei bis vier Stufen normalerweise. Also der war halt schon tatsächlich für das gesamte K&K-Reich am Schluss. Ich glaube, für die letzten sechs Monate des Weltkriegs war der auch der Chef der gesamten Flotte. Wobei man sagen muss, die war halt eigentlich den gesamten Krieg über fast irrelevant. Ist aber dann schon interessant, dass ausgerechnet der, das ist ja auch so ein historischer Treppenwitz, dass der Admiral ohne Flotte dann im Land, ohne Küste plötzlich zum Alleinherrscher wird. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. In einem Königreich ohne König übrigens. Das kommt auch noch. Darauf wollte ich hinaus, dass Ungarn den Admiral als Herrscher hat. Das Binnenland überhaupt. Kilometer weit weg von... Also was heißt, hunderte Kilometer weit weg von jeder Küste. Ist ein Treppenwitz, der irgendwie interessant ist. Was aber auch zeigt, dass einfach außerhalb der alten Führungselite in Ungarn, die halt so mit den Österreichern gemeinsam da regiert haben, es offensichtlich keine Kandidaten gab, die eine Mehrheit hätten finden können. Und dieser Horti hat zumindest in den rechten Kreisen halt echt einen guten Ruf genossen als Militär. Und dann war es offensichtlich auch okay, dass der Admiral war. Und auf der Donau kann man auch mit Schiffen rumfahren. Keine Ahnung. Was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, was aber glaube ich schon auch ganz wichtig ist, ist, dass Horti hat diesen... hat er die Räterepublik nicht in die Knie gezwungen. Also der hat... Der hat dann die Macht übernommen, nach und nach, aber im Prinzip lag das alles an den Rumänern. Also die Rumänern haben irgendwann gesagt, jetzt reicht es uns und sind einmarschiert in Ungarn, weil die halt ihre Forderungen hatten und gesehen haben, dass diese Räterepublik sich ja nicht verteidigen kann. Und im Endeffekt hat das alles so geendet, dass die rumänischen Truppen in Budapest einmarschiert sind, sich dort, ich glaube bis November noch festgesetzt haben, von August an, die Räterepublik gestürzt haben und dann danach, als die wieder weg sind langsam, dann ist Horti so reingekommen. Also ganz so heroisch war die Sache auch nicht. Also der hat dann seinen weißen Terror halt übers Land gezogen, aber hat eigentlich das Land nicht, wie er es vielleicht gern dargestellt hätte, vom roten Terror befreit oder wie man immer das halt damals ausgeführt hat oder wie man das betitelt hätte. Vielleicht auch so, sein offizieller Titel war Reichsverweser als Herrscher, als provisorisches Staatsoberhaupt anstelle des Kaisers und Königs in Wien. König in dem Fall halt, ja in Ungarn. Das war ja, also Ungarn war tatsächlich dann bis in den Zweiten Weltkrieg rein, war das ein Königreich. Es gab halt keinen König. Baut sich dann weiter drauf auf. Das finde ich auch so eine Sache. Also wir haben jetzt hier Meldungen von Anfang 1920, da wird dann die erste Nationalversammlung von Ungarn gewählt und der Horthy wird dann auch als Reichsverweser, du hast es schon genannt, Luis, eingesetzt. Und dann erklärt er im März 1920 Ungarn zur Monarchie mit verkanntem Thron. Ja. Wird immer besser als Arsenal. Kann man machen? Kann man bringen, ja. Aber ist natürlich auch praktisch, ne. Also als Monarchie, da muss man sich nicht mit diesen ganzen demokratischen Föhlefants beschäftigen. Monarchie oder Thron? Ja, das gibt es schon. Aber andererseits ist es halt dann doch so, dass vakanter Thron, das kann er zwar behaupten, aber ob Karl von Habsburg, da der letzte ungerüchte König, das so einsieht, weil für den ist das ja eine Einladung. Wenn du sagst, hey, wir sind immer noch im Königreich, dann wird der letzte König sich sagen, ach so, ja cool, dann komme ich wieder, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt irgendwie taktisch schon fragwürdig. Ja, also zu dem Zeitpunkt, an dem er das zur Monarchie mit verkannten Thron erklärt, wird ja auch von seinen Truppen das Parlamentsgebäude und zwar schwer bewaffnet besetzt. Also ich glaube, da liegen Argumente auf seiner Seite. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja, der hat schon die Macht. Karl hat es ja auch immer wieder mal versucht, später dann, ich bin vollkommen daneben, 1921, dann ein Jahr später, aber das hat Hort ihm halt nie durchgehen lassen und ja klar, wenn man halt seine eigenen Truppen ums Parlamentsgebäude hat und in der Stadt generell, dann hat der Kaiser oder der König dann auch nicht wirklich die Chance, das stimmt. Übrigens im Juni 1919 gibt es dann auch schon die Friedensverhandlungen, Quatsch, im Juli, im Juli, unterzeichnet Deutsch Österreich auch schon den Friedensvertrag und wir hatten gesagt, dass also einen Monat davor sie den Text bekommen haben. Also hier nochmal die zeitliche Abfolge, 2. Juni wird der Text übergeben und am 20. Juni wird er schon unterschrieben. Ja, aber am 10. oder 9. September ist es, glaube ich, in Kraft getreten oder so. Ja, aber trotzdem, das ist halt echt keine Zeit. Wenn man das mal erklärt mit Prozessen wie den Brexit, merkt man, dass die einfach das akzeptieren mussten, durften, konnten. Ja, was sollten sie machen? Ja, klar. Im Zweifelsfall war halt immer das, die implizierte Drohung war halt immer da, dass halt Großbritannien und Frankreich im Zweifelsfall das Land auch besetzen können. Und das war auch allen klar einfach. Das wäre in Deutschland ja noch ein bisschen schwieriger gewesen. Also Deutschland, wenn die sich geweigert hätten, dann hätte das zumindest Komplikationen erzeugt. Aber was hätte denn jetzt Österreich oder Ungarn machen sollen? Ja, ich meine, wenn das ganze Land, also bei dem ehemaligen Gebiet Deutsch, äh Quatsch, bei dem ehemaligen Gebiet Österreich-Ungarn, hast du ja noch mehr Truppen, die wegfallen, weil sie jetzt auf einmal eigene Länder sind. Eben, ja. Im Deutschen Reich hättest du vielleicht, ja gut, Bayern ist immer so ein Thema, die würden sich ja immer gern abspalten. Aber sonst hätten die wahrscheinlich schon mehr oder weniger probiert, erst mal an einem Strang zu ziehen. Wobei auch da die Situation ja wieder schwierig ist, dass es dann wieder den Einteil gibt, der sich wahrscheinlich um den Osten kümmert. Das hatte man ja auch noch im Jahr 1919 bis 1920 ein. Immer mal wieder Gefechte im Osten. Das war ja gar keine friedliche Grenze, so wie man immer denkt. Also da hätte es wahrscheinlich auch nicht lange gedauert. Also der Widerstand hätte da auch nicht lange gedauert, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt schon. Aber zumindest wäre es nennenswerter gewesen, als wenn jetzt Österreich mit seinen damals, was da verblieben ist, die hatten, keine Ahnung, fünf, sechs Millionen Einwohner. Die hätten jetzt nichts mustern können, was die britische Armee aufgehalten hätte, wenn die sich entschieden hätte, das jetzt selbst unter Kontrolle zu nehmen. Das war schon natürlich vollkommen alternativlos, diesen Vertrag anzunehmen, allein aufgrund der Größe. Ja. Ja, und jetzt sind wir auch schon mitten im Jahr 1920. Wie gesagt, Hort hier erklärt Ungarn zur Monarchie mit verkannten Thron. Das war im März. Und dann kommt auch schon drei Monate später tatsächlich die Unterzeichnung des Friedens im Grand Trianon. Und mal zur Dimension fand ich es ganz interessant. Die Verkleinerung des Gebiets und der Bevölkerung mal in Prozent zahlen. Der Gebietstand verringert sich um circa 70 Prozent und die Bevölkerung um 64 Prozent von 20,9 Millionen auf 7,6 Millionen. Das ist schon ein Irrsinn, wenn man sich das mal so überlegt. Die Fläche. Ein 21-Millionen-Staat wird einem 7-Millionen-Staat. Ja, vor allem die Fläche. Also 70 Prozent heißt hier von 325.000 ungefähr Quadratkilometer auf circa 90.000. Ja, krass. Wahnsinns-Dimensionen. Ja, also das ist, wenn man sich auch auf der Karte das einfach mal anschaut, findet man es sehr schnell, wenn man da mal Österreich-Ungarn, da gibt es dann ja Karten, die eingefärbt sind, was Österreich und Ungarn war. Und wenn man das mal gegenüberstellt zu Ungarn später, dann merkt man schon so, also das Land davor war halt einfach riesig. Also Ungarn vor Trianon oder zumindest vor Ende des Ersten Weltkriegs, das war ja, da war ganz Kroatien mit Ausnahme der Küste dabei. Da war de facto die gesamte Slowakei mit drin. Da war ein Viertel von Rumänien mit drin oder mehr. Weiß ich nicht, knapp ein Viertel. Und Teile der Ukraine noch. Und das war einfach in alle Himmelsrichtungen ein deutlich, deutlich größerer Staat als heute, der im Prinzip so von der Adria-Küste bis in die Karpaten irgendwo in der heutigen Ukraine reinragte. Das war ein Riesending. Wahnsinn. Und die Ungarn, die waren schon auch die bevölkerungsreichste Minderheit in diesem Gebiet. Also es ist ja heute noch so, dass Nordserbien eine sehr starke ungarische Minderheit hat. Da gibt es ja immer noch Ärger. Das sind ja alles Gebiete mit Ungarn, die nicht zu Ungarn gehört haben dann. Ja klar, ich meine gut, das ist der ewige Kampf, dass du halt in diesen gemischten Gebieten immer Minderheiten hast. Und damals war es halt zuerst so, dass das alles Ungarn war. Und dann gab es halt Serben, Kroaten, Slowaken, Ukrainer, alle möglichen Leute, die da drin lebten. Und dann hat man es halt umgedreht. Und hat damit, also Steffen hat vorhin gesagt, Ungarn ist auf knapp siebeneinhalb Millionen Menschen geschrumpft. Das hat aber bedeutet, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil das parallel dazu knapp drei Millionen, also nochmal 50 Prozent davon fast, drei Millionen sich als ungarisch definierende Menschen in den anderen Staaten drumherum gelebt haben plötzlich. Und das ist halt eine Hausnummer. Und das hat das Problem natürlich nicht gelöst. Hat es nur verschoben. Das muss das aus ungarischer Sicht eine absolute Katastrophe. Bis heute. Also da reden wir vielleicht am Schluss noch ein bisschen drüber. Würde ich zumindest gern, weil dieser Trianon-Vertrag bis heute unfassbar präsent ist in Ungarn. Was man sich, also anfangs habt ihr halt, weißt du das, Louis oder Steffen? Einer von euch hat ja gesagt, dass Versailles auch, als es die große Schande und Niederlage in der deutschen Geschichte gesehen wird, das stimmt auch. Aber im Alltag wird halt über Versailles in Deutschland de facto nicht gesprochen. Während in Ungarn auf jedem dritten Auto gefühlt ist da so ein Sticker drauf mit den Vorkriegsgrenzen und solche Sachen. Also das ist wirklich unfassbar präsent. Und das ist echt so ein Thema, das nicht ausgestanden ist. Ich habe auch auf Wikipedia mich rumgetrieben, mal so gelesen, was da so steht. Da fand ich es ganz interessant, dass ja auch die, da stand drin, dass die Schüler so eine Art Morgengebet aufsagen musste und dann auch indirekt gesagt haben, dass sie Ungarn wieder zu alter Macht haben möchten. Also dass es dann auch schön in die Köpfe der Schüler mit reinkommt noch, jeden Morgen. Das zeigt, also verbildlich auch einiges. Furchtbare Sachen. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr mal in Ungarn seid oder jetzt auch von den Zuhörenden, wenn jemand mal in Ungarn war, vielleicht hat jemand in Erinnerung, echt diese Sticker auf den Autos sind Irrsinn. Die sind so verbreitet, da wird einem wirklich nur schlecht, wo man sich dann denkt, dass es so viele Menschen gibt, die hier mit ihrem Auto jetzt gerade symbolisch einen Staatsvertrag oder einen Friedensvertrag von vor 100 Jahren anzweifeln. Das ist doch vollkommen irre. Ja, das ist wie jetzt, wenn man in Deutschland vergleichbar ein Sticker mit Großdeutschland auf dem Auto hat. Wer das macht, der ist Gott sei Dank hier gesellschaftlich eben nicht akzeptiert. Gott sei Dank. Zum Glück, ja. Da ist Ungarn eben noch einen ganzen Schritt in eine andere Richtung aktuell. Also das ist etwas, was einfach sehr präsent ist. Ja, wir haben uns generell auch mit Medien auseinandergesetzt. Wer von UNED kennt, wir gucken ja gerne mal in Tageszeitungen, sind eigentlich mehr beheimatet im Berliner Tageblatt und haben tatsächlich zu diesem Datum herum keine Meldung im Berliner Tageblatt gefunden. Das ist sozusagen die Berliner Zeitung von damals gewesen. sind aber fündig geworden, denn in österreichischen Zeitungen, unter anderem Freie Presse vom 5.6., das können wir mit verlinken. Und da wird tatsächlich auf so einem ganz kleinen Artikel nur die Unterzeichnung des ungarischen Friedensvertrages geschildert, wann und wie viel Uhr, wie viele Personen da waren. Und dort wird nochmal deutlich, dass das eigentlich eher so ein Akt war, der innerhalb von noch nicht mal einer Stunde auch schon vorbei war. Also man ging rein, hat den Vertrag empfangen genommen und hat ihn dann unterschrieben. Das ist der Dichtenwürr. Ja, das klingt auch wieder so, wie es auch bei Deutsch-Österreich war und dann auch beim Deutschen Reich. Man hat ihn zu akzeptieren und zu unterzeichnen und dann war er auch fertig. Dann war er auch gut. Man durfte ja, glaube ich, auch nicht unter Protest irgendwas machen. Also sie hätten wahrscheinlich Protest eingelegt, aber das war ja wahrscheinlich auch nicht möglich. Also haben sie es halt hinter sich gebracht, schätze ich mal. Was wir auch gefunden haben in der Vossischen Zeitung, ebenfalls ein Beitrag über Ungarn, der Frieden mit Ungarn. Unterschrift ist vollzogen. Um 4.30 Uhr wurde in der Galerie des großen Trianon der Friedensvertrag mit Ungarn unterzeichnet. Und das ist aber nur so ein ganz kleiner Artikel von ein paar Zeilen. Darunter kommt dann ein relativ langer Artikel, der Weiße Terror. Sozialdemokratische Beschuldigung. Und dort wird geschrieben über die Situation in Ungarn von Auftragsmorden, von regelrechten Hinrichtungen und von Folter im Ungarn, dass die Vossische Zeitung auch Leserbriefe bekommt, die erschüttert sind, dass die Vossische Zeitung sowas schreiben würde. Man selbst würde ja in Ungarn wohnen und das stimmt nicht. Und dazu schreibt die Vossische als Antwort, das stimmt sehr wohl. Das wird nur in den Medien, in der Zeitung, in Ungarn totgeschwiegen. Und schreibt hier über sehr, sehr viele Seiten, wie schlimm die Situation gerade in Ungarn ist. Und das finde ich schon sehr prägnant, dass es um diese Zeit, als eigentlich dieser große Friedensvertrag unterzeichnet wird, hauptsächlich um die Situation in Ungarn geht, als darum, dass sie jetzt halt diesen Friedensvertrag unterschrieben haben. Also das scheint irgendwie nur so eine Art Randnotiz in den Zeitungen gewesen zu sein. Hätte ich jetzt selber gar nicht gedacht. Also ich bin mit der Erwartung durch die Zeitungen gegangen, dass man hier doch sehr große Artikel sieht, detailliert aufgelistet, was das jetzt eigentlich soll und was da drin beschrieben ist. Aber dem ist gar nicht so gewesen. Also wir haben so ein Online-Archiv, wo Tageszeitungen archiviert sind. Und für diesen Tag, dem 4. Juni, haben wir 15 Ausgaben von verschiedenen Zeitungen drin. Und ich habe in alle reingeguckt und nur in zwei ist aus auf der Titelseite über diesen Friedensvertrag von Trianon zu finden. Alle anderen beschäftigen sich mit Haufen anderer Themen. Man muss halt so fairerweise sagen, der Friedensvertrag wurde an einem Freitag unterzeichnet und am Samstag waren Reichstagswahlen in der Weimarer Republik. Und darüber ging ein Großteil der Meldung. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Berliner Zeitung einen Artikel gefunden über die neue deutsche Briefmarke auf der Titelseite. Das war wichtiger als dieser Friedensvertrag für die Zeitung. Du meinst die Berliner Volkszeitung? In der Berliner Volkszeitung. Ja, ist ja auch wichtig. Ja, genau. Ja klar, neue Briefmarke, klar. Man merkt, es ist zumindest tagesaktuell gar nicht so rübergekommen, das Thema, als sie es heute gesehen wird. Auch dazu, also Werbung im Berliner Tageblatt. Also zur gleichen Zeit wird hier der große Friedensvertrag unterschrieben und dann hat man hier Werbung im Berliner Tageblatt, die einfach von der Bioxanpasta handelt. Reinigt den Mund biologisch durch Sauerstoff, löst Zahnstein, schmeckt köstlich, erfrischend. Oder eine Warnung für die Hausfrauen. Schokolade und Kakao dürfen nur verpackt mit Firma und Preisaufdruck verkauft werden. Wer dies missachtet und lose Ware kauft, läuft Gefahr, verfälschte oder minderwertige Ware zu erhalten. Und die Warnung schreibt der Verband deutscher Schokoladenfabrikanten. Also sowas ist dann auch wichtig und wird in der Tageszeitung abgedruckt vor 100 Jahren. Er war vielleicht näher an den Menschen. Ja. Gut, kann ich mir, also gerade Louis hat es finanziert, aufgrund dieser Wahlen, das war halt das vorherrschende Thema der Weimarer Republik. Wobei ich mir auch einfach vorstellen kann, dass halt mit der Unterzeichnung von Versailles, es wäre jetzt interessant zu schauen, wie vielleicht, wie im September 1919 der Friedensvertrag mit Österreich zum Beispiel behandelt wurde. Ich könnte mir nämlich schon auch einfach vorstellen, dass das Interesse dann irgendwann nachgelassen hat und man gesagt hat so, okay, Friedensvertrag ist erledigt, im Juni 1919 hier Versailles unterzeichnet. Und dann ist das auch vielleicht gar nicht mehr so eine große Story einfach, weil es Deutschland ja nicht so betrifft. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ja, das kann gut sein. Ja, wie ging es denn nun weiter? Also wir haben diesen Friedensvertrag dann 1920 im Juni, der auch als Zertrümmerungsfrieden gilt, der tief in den Köpfen in Ungarn ist, hast du bereits erzählt. Und Horthy ist weiter der Obermufti. Ich habe noch gelesen, dass dann zum Zweiten Weltkrieg hin, er schon auch mit Hitler sympathisiert hat, unter anderem, weil er ihm die ehemaligen Gebiete zugesprochen hatte. Zum Teil, ja. Und dass das dann nochmal festgelegt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es so nicht rechtens war, es gilt immer noch der Friedensvertrag von Grand Trianon. Ja, null und nichtig wurde das alles erklärt. Ja, glaube ich auch, der Anschluss Österreichs zum Beispiel ja auch. Also all diese Zerschlagung der Tschechoslowakei, das ist alles in einem Wisch dann für ungültig erklärt worden. Ja, im Endeffekt hat Horthy sich dann ja wirklich lang an der Macht gehalten. Also die 20er und 30er Jahre sind fast schon ein bisschen langweilig. Also man kann jetzt sagen, es sind ein paar Dinge passiert so. Er hat halt ein paar Mal Karl von Habsburg verhindern müssen, dass der zurück an den Thron kommt, das haben wir schon gesagt. Hat das aber dann auch geschafft. Und im Endeffekt ist Horthy dann echt eine interessante Gestalt geworden. Also vielleicht war es ja auch vorhin schon, also ich finde ihn ja generell eine spannende Person. Erst, also ich habe nicht viel über ihn gewusst. Ich habe in Ungarn studiert, vielleicht so zum Hintergrund, zwei Jahre lang und habe da damals natürlich ein sehr negatives Bild von diesem ganzen nationalistischen Zeug mitbekommen und auch so verinnerlicht. und habe jetzt aber vor kurzem oder letztes Jahr mal eine Biografie von dem Mann gelesen. Und der ist schon interessant. Also wie wir vorhin bei Otto Habsburg schon gesagt haben, ist auch der Horthy eine lustige Gestalt, weil der halt ein so ein sehr altmodischer Gentleman irgendwie war. Der sprach auch so sechs Sprachen, glaube ich. Der konnte halt fließend Deutsch, Ungarisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch und hat dann auch noch Englisch gelernt, weil er es für relevant erachtet hat und so. Und hat sich liebend gern dann auch mit all den Diplomaten unterhalten. Und scheint auch sehr charmant gewesen zu sein. Und der hat dann eigentlich die nächsten 20 Jahre dann so wie ein König so vor sich hin regiert. Der hat unter sich dann Ministerpräsidenten eingesetzt, die die Tagespolitik gemacht haben. Und er hat halt so vor sich hin, im Schloss sogar in Budapest, vor sich hingehaust. Und ja, hatte halt natürlich immer diese Vorstellung, dass er den Vertrag irgendwann wieder rückgängig machen will. Und dementsprechend hat ihn dann, wie viel jetzt davon von ihm ausging, wie viel von den politischen Gruppierungen in Ungarn, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber er ist halt dann sehr stark in Richtung nationalsozialistisches Lager getrieben und hat sich dann halt relativ früh im Zweiten Weltkrieg dann mit Deutschland verbündet. Also 1940 war der erste Wiener Schiedsspruch. Das war der erste Moment, als ein Teil dieser ehemaligen ungarischen Gebiete zurückgegeben wurde. Das hat vor allem die jugoslawischen Gebiete und Teile der Slowakei betroffen. Und dann später, 1941, dann auch noch weitere Teile der Slowakei und Rumäniens. Also da wurden quasi dann von Hitlers Gnaden Horthy sehr viele dieser Gebiete wieder tatsächlich zurückgegeben. Das war übrigens das Verstörendste, was ich jemals erlebt habe in Ungarn. Ich war da am Meldeamt. Man muss sich da ja auch als EU-Ausländer melden. Und das war wirklich so eine klassische alte Amtsbude. Und dann wurde ich da aufgerufen. Und hinter dem Schalter war dann an der Wand eine riesige Karte von Ungarn. Aber jetzt nicht irgendwie Vorkriegs-Ungarn, wo ich schon gesagt hätte, sondern da war tatsächlich eine Karte von Ungarn 1941. Da musste ich wirklich mal schlucken. Das kann doch nicht euer Ernst sein. In einem öffentlichen Gebäude. Wahnsinn. Irrsinn. Das ist ja, dass der Staat das macht. Oder zumindest ist es nicht verhindert, wenn irgendwer, ich will ja da noch sagen, okay, vielleicht ist einfach irgendein Irrer, der dort arbeitet und hat das aufgehängt. Aber selbst dann, dann muss das verhindert werden. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann stell dir mal vor, du gehst da hin und da fühle ich mich ja unsicher, wenn ich dann zum Beispiel mit einem slowakischen Bass mich da melden will oder sowas. Und hinten hängt mir sowas an der Wand. Ja. Da geht es einem ganz anders. Ja, aber auf jeden Fall hat das ja dann bekanntlich auch nicht so lange gehalten. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es das für heute. Interessant, dass du das sagst. Das war mir alles gar nicht so klar. Also das ist heute auch noch so. Man denkt immer, okay, die haben halt eine nicht so geistig erleuchtende Regierung. Aber das haben ja viele Länder. Aber dass das noch so richtig im Land verwurzelt ist, war mir gar nicht klar. Es ist auch schwer zu sagen, inwiefern das jetzt reinspielt, so in die Orban-Regierung, kann man im Detail vielleicht nicht sagen, aber es ist halt schon echt viel nationalistische Grundtendenz, glaube ich, einfach da, wo sehr viel von dem, was in Deutschland vor 100 Jahren auch noch normal war oder vor 70 Jahren, halt so das Nationalstolz und sowas wie Gebietsrückgewinnung und solche Themen halt einfach auch in der Allgemeinheit relevant waren. Vieles davon ist in Ungarn nach wie vor der Fall. Also das ist echt einfach ein Thema, wo ich nicht nur einmal dann auch von Leuten gehört habe, dass die sich da tatsächlich darüber beschweren, einem gegenüber. Also was für ein unfairer Frieden das nicht war. Dann denke ich mir so, in Österreich oder Deutschland redet niemand über was und zwar seit 60 Jahren nicht. Aber ja, irgendwo eine offene Wunde anscheinend. Ja, also ich glaube, weil diese Stunde Null für die Deutschen ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger als jetzt der Vertrag von Versailles. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen, weil es auch jünger ist, ist es nochmal so ein stärkeres Moment, über das man spricht. Überschattet vieles, glaube ich auch. Und also aus der Sicht eines deutschen Schülers, also wir hatten auch vor allem in der Schule hauptsächlich den Zweiten Weltkrieg thematisiert. Den ersten, den gibt es natürlich, wurde natürlich auch erwähnt und so weiter, wie es dazu kam, dass es kam. Aber hauptsächlich hattest du mehrmals im Schulunterricht nochmal Hitler und nochmal Hitler und nochmal Hitler. Also das ist schon im Vordergrund gestellt von dem Schulunterricht. Und vielleicht kommt es deswegen, also ich kann jetzt nur für mein Freundesumfeld sprechen, für mich, wie ich die Schulzeit hier in Deutschland erlebt habe und eine Erklärung vielleicht, warum das ein größerer Punkt ist für uns Deutsche. Ja, würde ich auch so sehen. Es ist ja auch in Österreich, also Österreich ist ja nochmal deutlich komplexer, weil die Aufarbeitung nie so wirklich passiert ist. Aber trotzdem ist in Österreich 1945 halt viel wichtiger oder vor allem in 1955, das war der Zeitpunkt, als ähnlich wie BRD-Gründung, nur halt ein paar Jahre später, als halt die Besatzungssoldaten abgezogen sind und der Staatsvertrag. Das wird halt in Österreich sehr zelebriert und ist etwas, was gefühlt recht präsent ist. Auch der Nationalfeiertag ist darauf bezogen, ich weiß gar nicht, Deutschland vor der Deutschen Einheit hat wahrscheinlich auch Ende des Zweiten Weltkriegs als Staatsfeiertag begangen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir hatten jetzt in Berlin zum ersten Mal den Tag der Befreiung. Ah ja, genau. Der wurde vorher, der wurde auch nur in Berlin als Feiertag gefeiert. Habe ich mitbekommen. Sonst nicht. Das ist etwas absurd. Zum 75. Jahrestag ist auch nur dieses Jahr so gewesen. Ich glaube, man diskutiert, ob man es jetzt vielleicht beibehält. Also tatsächlich gibt es da gar nicht so den Feiertag. Das ist eigentlich komisch, ne? Ja, also in der Bundesrepublik Deutschland war anscheinend auch vorher der 17. Juni, was war denn am 17. Juni, Nationalfeiertag. Gute Frage, warum das war. Und ja, aber zum Beispiel ist es ja auch in Österreich eben so, dass halt sehr stark eben mit dem auch auf die Nachkriegsgeschichte eingegangen wird. Und Nationalfeiertag ist halt so, dass eine Mal im Jahr, wo halt wirklich über die Geschichte gesprochen wird, wie es ja auch am Tag der Deutschen Einheit ist, nur dass das halt deutlich jünger ist. Aber klar, da wird halt nicht über den Ersten Weltkrieg gesprochen. Und das ist, finde ich, je mehr man sich dann damit beschäftigt mit der Zeit, was ihr ja auch extrem gemacht habt, jetzt die letzten fünf Jahre über und was aber sehr viele Leute nie machen, dann merkt man dann schon, dass halt in vielerlei Hinsicht ja der Erste Weltkrieg deutlich folgenreicher ist als der Zweite. Oder zumindest kann man halt vieles vom Ersten herleiten, ist ja auch eine alte Binsenweisheit. Aber da ist schon was dran. Also so ohne den Ersten Weltkrieg ist der Zweite schwer vorstellbar. Und die Staatenwelt vor dem Ersten Weltkrieg ist mit der von heute überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das ist alles, hat sich alles vollkommen verändert. Die gesamten Imperien sind plötzlich weg. Überall sind plötzlich Nationalstaaten, was ja etwas, wie ich finde, etwas ganz, ein riesiger, ein riesiger Sprung war. Als plötzlich die gesamte Welt oder zumindest ganz Europa Nationalstaaten waren, so groß waren die Veränderungen von, sagen wir, 1935 bis 1950 nicht, wenn man da die Unterschiede sich anschaut. Da ist, was 1920 war, im Vergleich zu 1910 deutlich größer der Unterschied. Und umso schade ist es, dass man da nicht mehr Wert drauf legt, weil ich glaube, da ist für die Zeitgeschichte und für die Welt von heute mindestens gleich wichtig, wenn, ich meine, ich verstehe, warum der Zweite Weltkrieg im Zentrum steht, aber der, Erste hat schon eine gewisse Wirkmächtigkeit. Auch jetzt dadurch, dass wir einen V100-Podcast probiert haben, wir haben ja angefangen mit alle zwei Wochen so eine Folge rauszubringen, so wie du es jetzt zurzeit machst und haben immer nur probiert, alles bis zu dem Tag der Episode vor 100 Jahren zu besprechen und nicht noch in die Zukunft zu gucken. Und dadurch hat man auch nochmal, weil wir das ja dann vier Jahre lang gemacht haben, das war so, man konnte ja erst mal sich vor Augen führen, wie lange eigentlich dieser Zeitraum ist, wie lange dieser Krieg eigentlich geht, was für absurde Nachrichten es auch so zwischendurch gab. Mal gucken, also ich weiß ja nicht, wie lange es diesen Podcast noch so gibt, ob wir dann auch mal in den Zweiten Weltkrieg so reinkommen. Ja, das ist noch eine Länge. Ja, ja, aber dann hätten wir ja wieder so eine lange Zeit. Ja, noch länger, ja, klar. Ja, das ist halt echt auch das Interessante an so Formaten wie eurem, oder was mir auch einfällt, was ja sogar wöchentlich ist, dieser YouTube-Channel, The Great War, den ihr ja glaube ich auch kennt, oder zumindest auch mal mit Florian gesprochen habt. Auch sehr professionell und wirklich gut machen die das, ja. Inzwischen machen sie es ja auch monatlich, aber bis Ende des Ersten Weltkriegs haben sie das ja sogar wöchentlich gemacht. Und wenn man sich das, ich habe es auch nicht ganz von Anfang mitgeschaut, aber dann so die letzten zweieinhalb Jahre oder so des Krieges und was man da auch als Zuschauer oder in eurem Fall als Zuhörer dann für ein Zeitgefühl kriegt für die Zeit, da merkt man halt wirklich mal, wie lang das alles tatsächlich war und trotzdem merkt man aber glaube ich dann auch, was in der großen Erzählung halt schwierig rüberkommt, ist, welche riesigen Veränderungen dann trotzdem in kurzer Zeit geschehen sind. Man hat dann viereinhalb Jahre Krieg und dann steht man im Oktober 1918 und die letzten vier Jahre wirken wie so ein, ja, so eine irre lange Zeit, in der halt viel geschehen ist, aber im Endeffekt halt irgendwie alles gleich, es war halt eine Frontier und man hat gekämpft und dazwischen waren andere Geschichten und dann innerhalb von zwei Wochen dreht sich alles komplett um, den Staat gibt es nicht mehr, den Kaiser gibt es nicht mehr, alle erklären sich für unabhängig und man lebt in einer neuen Welt und diese Gefühle, die das ausgelöst haben muss, das ist halt etwas, was man dann erstmal mitbekommt, wenn man so ein Format auch vor Augen hat und das finde ich echt wertvoll. Ja und auf einmal rufen zwei Leute am selben Tag eine Republik aus, ja. Genau, solche Dinge, genau. Vier Jahre lang nur oberste Heeresleitung Nachrichten und dann sowas. Und dann versteht man schon, was für ein riesiges Erdbeben das dann tatsächlich war, was da im November 1918 geschehen ist. Ja, mich beeindruckt, weil sowas immer, deswegen gucke ich auch gerne in die Zeitungen rein, wie so der Alltag der Menschen war und also mich beeindruckt da, wie in solchen Krisen die Leute immer noch klarkamen, ja. gerade nach dem ersten Wege gab es ja immer noch diese große Hunger Hungersnot und wie die Menschen trotzdem überlebt haben, das ist für mich immer sehr faszinierend, dann auch so anhand der Zeitungsmeldungen nachzulesen. Man hat ja auch sehr viele Meldungen mal gelesen mit diesen ganzen Lebensmittelmarken und den ganzen Wucherpreisen, Gesetze gegen die Wucherer und so weiter, dass man das so alles mitbekommt. Das sind auch schon schöne Zeitdokumente. Ja, irre, ja. Und gerade wenn man dann halt nicht nur eine Zeitung sich rausnimmt, sondern das über einen längeren Zeitraum auch macht, da kriegt man echt ein Gefühl, ich mache das ja für meinen Podcast eigentlich nie, auch durchaus aus Zeitgründen, muss man leider sagen, aber ich habe mal für eine Stadtführung hier in Oberbayern, in Freising, da habe ich mal eine Stadtführung gemacht für die Novemberrevolution, wie man das so in der bayerischen Provinz gemerkt hat und bin da dann ins Archiv, die haben das noch nicht digitalisiert, und habe da mal die Zeitungen durchblättert und da genügen dann echt mal zwei Stunden, wo man sich sieben, acht Ausgaben mal durchblättert über ein paar Wochen und man hat ein ganz anderes Gefühl, weil man dann viel mehr, ja verstehen ist vielleicht ein falsches Wort, aber sich viel mehr reinversetzen kann, wie das für die Leute damals gewesen sein kann oder muss und das ist irre, wie die Leute das trotzdem, du hast jetzt die Hungersot angesprochen, aber hier spanische Krippe, da war ja unfassbare Zustände in ganz Europa und die Leute haben halt versucht, das Beste daraus zu machen, also. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist in der Vorbereitung auf die Sendung, was wir während des Ersten Weltkrieges vor allem im Berliner Tageblatt hatten, waren immer mal so, ich habe es schon angesprochen, so Betrügereien, die als Verbrechen gemeldet wurden oder von denen berichtet wurden und was jetzt so nach dem Ersten Weltkrieg ganz oft jetzt kommt oder häufiger sind so Verbrechen über Gewaltverbrechen und Morde, so Kapitalverbrechen, merkt man auch jetzt, dass die immer mehr da reinkommen. Ja, von den Heimkehrern mit psychischen Störungen wahrscheinlich auch, solche Sachen. Habt ihr eine spannende Dekade noch vor euch zumindest? Ja, es ist noch so einiges geplant im V100 Podcast. Wird nicht langweilig in den 20ern. Hast du noch Spannendes in deinem Format geplant, jetzt in den nächsten Jahren, Wochen, Monaten, Tagen? Ach, so konkret nicht? Ich versuche weiterzumachen. Ich habe ja dieses, du warst ja netterweise dabei, Luis, ich hatte ja dieses kleine Quiz Anfang des Jahres meistens als Sonderformat versucht. War auch dann ganz lustig, recht aufwendig, aber ich glaube, ist dann auch ganz lustig geworden. Und jetzt schaue ich mal, dass ich wieder ein bisschen Standard normale Folgen herausbringe. Was ich jetzt in letzter Zeit ganz gerne mache und was ich gerne mehr machen würde, sind so Stadtspaziergänge, wo ich dann mit dem mobilen Equipment mal rumlaufe und so eine Geschichte der Stadt erzähle. Das habe ich jetzt im Februar gemacht, da war ich in Frankreich kurz vor den, vor der Corona-Lockdowns in Avignon und habe dort so eine Führung gemacht. Ich habe das auch schon eben mal für Freising gemacht, wo ich eben Stadtführer war und das will ich auf jeden Fall nochmal mehr machen dieses Jahr. So jetzt für München mal hier vor Ort und dann vielleicht mal in Wien, wenn ich da wieder hinreisen kann. Das reizt mich gerade so. Dann noch ein bisschen das Format versuchen auszureizen, die Leute mit nach draußen zu nehmen vielleicht, das will ich mehr machen. Aber es ist nicht so ein großes Vorhaben wie ein Jahrzehnt. Das finde ich eine spannende Idee übrigens, finde ich sehr gut. Nein, danke. Nein, ich finde, es ist aufwendig, weil man halt die doppelte oder nicht die doppelte, aber zwei Perspektiven immer braucht. Man braucht die Geschichte, man braucht halt auch die Orte dazu und muss das irgendwie verbinden. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich richtig gut gefühlt, als ich da in Avignon aufgeschlagen bin. Ich war da noch nie und habe mich aber noch nie so intensiv mit der Stadt beschäftigt, die ich nicht kenne. Also ich kam da hin, ich hatte die Karte vor Augen so von Google Maps, wo ich mir alles schon angeschaut habe, wo ich hin muss und was ich erzählen kann. Und man kommt da an und denkt so, ja, ich weiß schon, wo hier was ist und was hier so geschehen ist. Und man geht mit ganz anderen Augen rein, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und dann das in einen Podcast zu packen, das macht dann einerseits Spaß und ich kriege auch gute Rückmeldungen. Also gerade vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt freuen sich die Leute, wenn man spazieren geht gemeinsam. Dann kann man selbst auch rausgehen und sich das anhören oder so und hat vielleicht einen anderen Flair. Aber ist schon auch nicht was. Ich stelle mir das gerade so vor, der Ralf kommt in Avignon und sagt, hier gab es mal einen Papst vor Jahrhunderten. Ich bin Historiker, ich kenne mich hier aus. Ich weiß, wo ich hin muss. Jetzt klingt das viel arroganter, als ich es gemeint habe. Lassen Sie mich durch, ich bin Historiker. Ich finde das super sympathisch und lustig und halt auch total cool. Also dieses sagen, es ist halt mein Beruf, ich kenne mich jetzt hier aus. Ich weiß, wo jetzt die wichtigen Sachen sind. Jemand von vor Ort wird sich trotzdem. Aber es ist zumindest dann so, ich meine, das muss man ja irgendwas machen. Man muss nicht Historiker sein dafür, weil es genügt ja im Zweifelsfall sogar, ich habe jetzt ein bisschen mehr gelesen, aber wenn ich nur den Wikipedia-Artikel gelesen hätte, den ich ja auch gelesen habe, dann, das kann man über jede Stadt machen. Das dauert mal je nach Stadtgröße eine halbe Stunde und dann kommst du an und dann verstehst du schon ein bisschen mehr. Also ich finde, das kann man auf jeden Fall mehr machen. Also ich bin ja nicht jemand, der den Reiseführer zur Hand nehmen würde oder zumindest nicht für geschichtliche Hintergründe oder sowas. Aber wenn man da mal sich ein bisschen vorher das da rein recherchiert, macht schon Spaß. Ja, es ist auch schön. Also ich hatte sowas für mich mal mit Istanbul, sicherlich nicht so extrem wie bei dir, aber ich habe zuerst, als ich geguckt habe, versucht zu finden, wo die alte Stadtmauer war und wo der römische Teil ist und naja, also das ist schon schön, finde ich, an Ort kommt. Ich haue mir bis heute auf den Schädel. Ich war mal einmal in Istanbul und da war ich irgendwie 20 oder so und war halt einfach dumm und jung. Aber ich habe diese Stadtmauer mir nicht angeschaut und jetzt ständig schaue ich mir, ich rede viel über Konstantinopel und Oströmisches Reich, das finde ich alles super faszinierend und ich kann nichts dazu sagen. Ich war da halt nur irgendwie da in Sultanahmet in einem Hostel und habe Kaffee getrunken. Das ist echt, das ist eine Schande. Aber auch eine schöne Geschichte, musst du zugeben. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Geschichte zumindest. Aber sind die Mauern sehenswert, Louis? Ich war mal am Neujahr in Istanbul mit meiner Freundin, mit meiner jetzigen Frau und da hat es geschneit in Istanbul und die Stadtmauer, die sind immer noch ziemlich intakt und wenn man dann, also da wo wir waren, war das auch mit der höchste Punkt, man konnte richtig weit gucken im zugeschneit in Istanbul. Man musste auch so raufklettern. Das war auch nicht so erschlossen oder so, sondern man musste da irgendwie auf so einer ganz engen Treppe ohne Sicherung und vereist sich da so hocheiern. Also, ja. Ja, das kann aber was. War schön. Finde ich cool. Ja, da musst du mal wieder hin. Okay, dann würde ich sagen, also ich fand es für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit euch, diese Folge aufnehmen zu können. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Schön, dass das geklappt hat. Ja. Und ich würde sagen, wenn wir wieder ein Thema finden, dann können wir uns ja virtuell zu dritt nochmal zusammensetzen. Ja, sehr gern. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge über den Frieden von Trianon mit dem Déjà-vu-Podcast von Ralf und dem Vorhundert-Podcast mit Steffen und Luis. Ralf, wie kann man dich sprechen? Bei mich findet man überall, wo es Podcasts gibt, Déjà-vu-Geschichte oder sonst auf meiner Website. Das ist, mein Name ist ein bisschen schwierig, vielleicht in die Shownotes ralf-krabuschnik.com einfach alles zusammengeschrieben. Wo kann man euch denn finden? Wir haben auch eine Webseite vorhundert.de und man kann uns auch auf Twitter folgen, gerne vorhundert zusammengeschrieben als Wort ohne Zahl vorhundert. Und es gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Das findet man. Dann sage ich gute Nacht. Mich hat es sehr gefreut mit euch und das machen wir gern wieder. Ebenso, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.